Hey Leute, was geht ab? Und damit herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video erkläre ich euch, warum ihr auf unserem Kanal eine kostenpflichtige Kanalmitgliedschaft abschließen solltet und welche Vorteile sie mit sich bringt. An erster Stelle unterstützt ihr unseren Kanal mega. Unter meinem Video findet ihr drei Kanalmitgliedschaftsstufen. Das Silberabonnement, das Goldabonnement und das Platinabonnement. Die erste Kanalmitgliedschaftsstufe, also das Silberabonnement, kostet 99 Cent im Monat und bietet somit auch von den drei Stufen die wenigsten Vorteile. Und zwar zum einen habt ihr neben eurem Namen im Livestream ein kleines Icon, an welchem jeder sehen kann, dass ihr ein Kanalmitglied seid. Der zweite Vorteil ist, dass ihr in einem Livestream auf den Nur-Mitglieder-Chat zugreifen könnt. Die zweite Kanalmitgliedschaftsstufe, also das Goldabonnement, kostet 1,99 Euro im Monat und beinhaltet die gleichen Vorteile wie die erste Kanalmitgliedschaftsstufe. Jedoch könnt ihr mit der zweiten Kanalmitgliedschaftsstufe auf exklusive Videos nur für Kanalmitglieder zugreifen. Die dritte Kanalmitgliedschaftsstufe kostet 4,99 Euro im Monat und beinhaltet die meisten Rechte. Man hat die gleichen Vorteile wie die anderen Kanalmitgliedschaftsstufe, jedoch kann man mit der dritten Kanalmitgliedschaftsstufe auf den exklusiven Livestream nur für Mitglieder zugreifen. Man kann im Livestream mit uns spielen und man wird in unseren Videos namentlich erwähnt. Und das war es tatsächlich schon von diesem Video. Wenn ihr Bock auf eine Kanalmitgliedschaft habt, dann könnt ihr sie unter diesem Video abschließen. Wir freuen uns über jede einzelne Kanalmitgliedschaft und sie unterstützt uns mega. Und dann würde ich mal sagen, bis dahin, haut noch rein und tschüss. Bis zum nächsten Mal.